Willkommen zu einem neuen Order & Chaos. Let's play, let's play. Uff, was dürfte das sein? 108? Lass mich lügen. Ich glaube, 108 oder irgendwie sowas. Also, ähm, oder jetzt 107? Ne, wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Ne, lass mich lügen, wie gesagt. Auf jeden Fall machen wir weiter und, und, wie ihr seht, ich bin Level 64. Müssen wir sie umbringen? Ne, nicht, oder? Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau, wir laufen da rundherum und nicht in diese Bucht hier, oder was das auch immer. Nein, 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 nein! Nein! Fucking fail. So, wir sind gestorben, wie dumm wir auch sind. Ähm, egal. Ihr könnt sehen, ich bin Level 64 und das kommt davon, wenn man zweimal MZN macht. Ähm, ich hatte gestern coolen Run mit jemandem aus meiner Gilde. Warte mal. Soziales Gilde. Ähm, wie hiess er jetzt nochmals? Mit... Ne, ist schon wieder gegangen. Ah, ne, ne, ne. Er ist noch da. Je-Klinik. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber der war echt cool drauf. hat gestern irgendwie den zweiten Tag seit einem Jahr wieder mal Orden Chaos gezockt. Ähm, 6x6 Epic T1 Tank, also wirklich geil. Und zwar ein richtig geiler MZN, beziehungsweise zwei MZN Runs mit ihm. Hat echt Spass gemacht und ja, ähm, jetzt hab ich halt wirklich Zeit wieder ein bisschen für Orden Chaos und auch ein bisschen Lust. Wie kann das nur sein? Ne, ich hab vor allem meine Lust zum Aufnehmen. Was haben wir hier? Kritischen Level? Ne. Oh, da wäre noch nichts cooles für hier. Ähm, so, was müssen wir noch? Ah, die müssen wir rumbringen. Okay, easy, easy. Ich habe jetzt auch noch die MZN Quest gemacht, also da, wo man das Zeug einsammeln muss. Ich glaube, das habe ich eben nicht mehr aufgenommen. Und ähm, ja, eben wie gesagt, wenn das so weiterläuft, dann können wir auch schon dann mal ins Frostland gehen. Ähm, eben, klar, wenn ich natürlich so motiviert bin, das da weiterzumachen, ähm, wie jetzt dann, ähm, denke ich, läuft das, dass wir den sogar auf 70 sehen können. Aber eben, ich weiss nicht, wie lange die Motivation anhält, wie lange ich da NZN Runs machen will. Und ähm, von dem her bin ich immer ein bisschen, was soll ich sagen, immer ein bisschen, ja, unschlüssig, sagen wir mal so. So, komm, 6 von 10, das geht ja locker, Leute, locker. Genau, meine Spells muss ich auch wieder mal verbessern, das vergesse ich schon lange. Was ich mir auch noch überlegt habe, Leute, mein Beutel ist voll, ne, kann nicht sein. Ah, wir haben da noch Geschwindigkeit, Beweglichkeit, ja, das brauchen wir sowieso nicht, können wir dann schon mal anwenden. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich den noch skillen soll, auf Tankgrund. Ich will den natürlichen Damage-Dealer für laut behalten, da mein, ähm, ähm, was wollte ich sagen, da mein Mr8888X schon ein Tank ist. Der wird natürlich Damage-Dealer bleiben, klar, aber ähm, ähm, da es einfach für Dungeons viel einfacher ist, da irgendwie, ähm, Team zu finden, wenn man selber Tank ist, dann braucht man eigentlich nur noch der Heal, der das wäre, ist, zum finden, und ähm, sonst ist es halt Heal und Tank. Also, ich überlege mir das sicher, weil ich habe ja echt gutes Tank-Equip, äh, ja, wir nehmen den genau, oh, 3 Quests, nice, tötet 10 bla bla bla, zerstöre den Schatten-Altzar, ähm, tötet 10 Dämonen-Booten, oh, wir bekommen so viel Zeug, Leute. Genau, da haben wir auch wieder einen geilen Ring, eben, wir bekommen so viel Zeug, ähm, vor allem auch für Tank-Emen, ich glaube, ich habe sogar die ganze Tank-Ausrüstung, wenn ich mich nicht irre. Äh, Beinschutz ist, glaube ich, nicht so gut. Also, das haben wir, dann, also, Arme haben wir, glaube ich, auch irgendwo, genau, genau, ja, wir haben alles, also 1, 2, 3, und 6 Teile haben, 4, 5, nee, das fehlt noch, äh, Hillen, Schulter, ah, Schulter, glaube ich, fehlt noch, kann das sein? Jo, die Schulterpolster könnten fehlen, wenn ich mich nicht täusche, könnten wir auch diese nehmen, würde auch bei uns laufen, ich weiss gar nicht, ah, oder, ah, vielleicht haben wir die gar noch nicht bekommen, wobei noch sie auch nicht bekommen haben, naja, ähm, egal, so, ich glaube, jetzt müssen wir diese umbringen, genau, oh, Mist, noch vorne, eben, wir können auch langsam, ei, 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 Beutel voll, wisst ihr, ich weiss nicht, ei, 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 so, wo müssen wir überhaupt hin, ne, wisst ihr was, Leute, ich glaube, ich muss wieder mal ein bisschen, oh, cool, wir haben eine Dungeon-Gruppe, nice, gut, dann werde ich das Video hier kurz beenden, und dann machen wir später nochmals weiter, was ich jetzt auch schon machen kann, ist natürlich, cool, wow, wir haben sogar einen geilen Tank dabei, ähm, ich werde da mal diese Quest abgeben, wir bekommen da ja nur Geld, läuft bei uns, wieder ein bisschen EP, und, jo, dann bis nachher. Willkommen zurück, ich habe nochmal einen NZN-Run gemacht, mit diesen beiden hier, da kann ich eigentlich Gruppe verlassen, da die doch ein bisschen die Noobs waren, so zwei Russen, ähm, naja, was wir machen, ich trage mich gleich nochmal in die Liste ein, vielleicht erwische ich dieses Mal ein bisschen eine bessere Gruppe, wir haben hier auf jeden Fall noch eine Quest, grüne Herena, ich habe gehört, dass ich einsam bin, bla 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 bla, ja, also wir haben da tatsächlich noch Quests, das ist sehr gut, ähm, keine, ne, wie ihr wisst ihr was, ich habe gehört, dass ich jetzt zur Zeit einsam bin, ja, erstens, wir müssen mal unsere Zauber-Sprüche, beziehungsweise unsere Sprüche, ey, da haben wir noch mehr Quests, oh mein Gott, Leute, ich glaube, Selpe könnte noch lange dauern, wenn du die Vergangenheit behältst, gewinnst du die Zukunft, zufällige Notiz. Also, da sind wir erfüllt, dann diese Quest hier, finde den Schwarzmarkt, ja, den haben wir eigentlich schon längst gewonnen, egal, ähm, oh, und das ist eine grosse Wiese aufgetaucht, wobei ich finde den so hässlich, Leute, ähm, dass ich den eigentlich gar nicht, ähm, fangen will, oder so, ich finde das das hässlichste Epic, man, dieser untote Sandspürhund, oder was das auch ist, Sandsturmspürhund, den finde ich richtig hässlich, egal, wir müssen da unbedingt mal upgraden, es ist nötig, ähm, schon gelernt, schon gelernt, schon gelernt, wow, so, langsam wird's teuer, äh, Reisser 3, haben wir auch schon gelernt, Reisser 9, Kampfschrei, oh, Beutelwoll, das ist natürlich immerum günstig, genau, ich habe noch ein paar Sachen equipped, ich muss noch ein paar Sachen verkaufen, so, Kampfschrei, eigentlich könnte ich das auch aufcam machen, aber da wir jetzt, ähm, alles da machen können, Schallschlag, Enthaltung 4, Schallschlag, so, jetzt habe ich glaube ich schon keinen Platz mehr, eben, es ist halt ab und zu nötig, da mal die Sprüche abzugraden, da es dann doch zum Teil wirklich sehr viel einfacher geht, Wirbelklinge 7, oder 8, ne, jetzt 8, eieiei, so, die wir noch benutzen, die Wirbelklinge da, habe ich mir gedacht, ist ein bisschen schwach bei mir, Reisser haben wir jetzt, Kampfschrei, oh, Kampfschrei haben wir noch nicht, okay, und, ja, ich glaube, das dürfte es gewesen sein, genau, in die sollten sie das anders markieren, mit schon gelernt und noch nicht gelernt und so, bin ich ein bisschen schlecht gemacht, aber was wir machen, so, Gildenstein, ne, wir haben ja schon eine Gilde, ähm, genau, was verkaufen wir, wir verkaufen das hier, da wir sowieso noch den haben, der besser ist, vom Paradelevel, das brauchen wir sowieso nicht, das ist alt, wie weiss ich was, ähm, das auch extrem alt, wobei das sich das fast wieder aus allen denken behalten müsste, ne, ne, ja, ne, das verkaufe ich, dann, das ist für Clary, leider, das können wir auch nicht gebrauchen, auch für Clary oder Waldläufer, genau, die können wir noch ausrüsten, diesen Bogen, der ziemlich gut ist, Angriffskraft um 30, kritischen, 69 Schaden, ja, ich finde, ich finde den besser, ganz im Ernst, wenn der zwar 7 Angriffskraft weniger hat, ich finde den besser, weg, und was haben wir sonst noch, genau, Schild, das könnte ich ja nicht auch mal, Ehrenmau, die sieht so geil aus, die will ich auch behalten, die hab ich auch von jemandem bekommen, darum will ich die nicht wegwerfen, was haben wir hier noch, Stärke, Ausdauer, ja, ist immer schwer, naja, egal, wisst ihr was, wir machen einfach mal weiter mit den Quests, eben wie gesagt, es sind gefühlte Minuten, die ich da jetzt spiele, ich habe keine Ahnung, ob wir schon bei 7 sind oder schon bei 12, ich weiss es nicht, und ich kümmere mich auch nicht mehr so darum, so, sehen müssen wir, nee, falsch, habe ich es doch gedacht, Ah, ich glaube, das ist die Game Quest, genau, genau, die Game Quest, glaube ich, so, genau, oder was ist das, Ah, ne, 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 in dem Fall nicht, das ist die, die, ähm, die Start und Verteil ist, genau, die Runenrussi, die brauchen wir, aber nicht, das wer die jetzt noch kauft, der ist eben die, sehr dumm, ganz im Ernst, ähm, wie, zerstören, ne, 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 zum Waffen, der Schwarzmarkt, zu den Waffen, sprich mit für den, ah, genau, ah, genau, da können wir den freien Willen lennen, der ist eigentlich noch wichtig, Kaffeeok, habe, mal schauen, was der für ein Level ist, sicher ein Scammer, Der neue, soziales, ja, Level 21, doch, dürfte ein Scammer sein, ich will da noch eine Quest, Ah, nein, ich hatte jetzt gerade gedacht, er wäre ein Scammer, moin, lol, was war denn das von mir, so, So, hm, wir werden das Bitgesuch anhören, erfordert über Skyline mit, also über die Krankheit, seine Software, ja, von mir aus, was gibt's, ja, nicht viel, ein Video gibt's, so, genau, hier haben wir noch eine Quest, oh mein Gott, das, das hört ja nicht mehr auf, Ähm, auf jeden Fall machen wir jetzt diese Grünberg-Quest, genau, Grünberg ist ja eigentlich ein, ja, ich nehme auf, ja, Ich nehme auf, ich nehme auf, genau, ähm, ist eben, unser Mount muss wirklich mal, ein besseres gekauft werden, aber eben, das finde ich halt, Ich habe Gameloft nicht gerade top gemacht, ähm, eben mit dem Schwarzmarkt, die Ablaufzeiten, die hätten eigentlich unterschiedlich sein sollen, naja, So, wir haben jetzt, wir können jetzt den, ähm, freien Willen erlernen, das ist sehr gut, so, der dürfte hier sein, genau, den will ich, äh, wo wollen wir den positionieren, Jetzt nehmen wir mal den hier, da der Freiwille doch wichtig ist, so, gehen wir nochmals hier nach oben, gehen dann noch mehr Quests, so, ich bin glaube ich auch immer noch in der Dungeonliste, also wenn ich da Gruppe, Kerker, Suchen, genau, Ja, ich bin immer noch drin, also irgendwie, wenn da jemand mal RZN-Rom macht, ich wäre dabei, aber mal schauen, meistens dauert es ja ewig, bis man mal da eine Gruppe hat, ich erinnere mich, dass ich glaube ich zum Teil mal über eine Stunde gewartet habe, also nicht mit diesem Charakter, sondern mit einem anderen, äh, DPS, keine Ahnung, ob das mein Archer war, oder was auch immer, auf jeden Fall, Kommt es down, hallo, ne, dann wollen wir nicht enden, ah, da ist er, äh, noch ne Quest, oh mein Gott, cool, noch ne Quest, wir gelangen zum, Nia, dem entspricht dem Triton, Okay, 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 ich glaube nach diesem Quest werde ich das Video sogar mal beenden, da wir jetzt so viel am aufnehmen sind, Oh, jetzt müssen wir da reingehen, ah, das war's schon, ja gut, gehen wir wieder raus, würde ich sagen, Oder ne, ah, ne, wir müssen doch noch reingehen, perfekt, Ja, wacht da, Mann, brandes Grau, mach, wacht, wann, ich habe, kann ich in deine Gilde, klar kannst du ja meine Gilde, Meine Gilde, so, ah, den müssen wir jetzt umbringen, wisst ihr was, könnte ich denn sogar alleine, Genau, da kann man ja extrem überspringen, muss ich dann da rauf gehen, Na, kann sein, naja, wir, wir sneaken jetzt mal da durch, Welches Level haben eigentlich die Mobs da, nehme ich jetzt doch mal noch runter, 62, ey, das sollte doch noch gehen, Boah, mal schauen, wieviel Damage die machen, Boah, die machen doch ziemlich viel Damage, Boah, Potten wir mal, Aber ich will nicht killen, komm, das schaffen wir, Wieviel E.P. gibt in diesen Schafen, Mann, da, Oh, Mann, ich habe es nicht gesehen, Endes ist, Sagen wir, ist immer nicht schlecht, So, es liegt nur da in anderen Mauern, Ich hoffe nicht, dass ich entdeckt werde, So, das wird für ein Boss sein, Boah, das, das finde ich irgendwie auch mal witzig, Oder ne, das dürfte sogar der sein, Ne, das ist sogar eh, Aber wenn ich da schon Mühe habe, einen Mob zu killen, Dann glaube ich da nicht, dass ich da das schaffen könnte, Wobei, Ne, ich will es ehrlich gesagt gar nicht probieren, Gehen wir wieder raus, ich hoffe, dass da meine, Ne, zwei Minuten, Ah, dann müssen wir raus laufen, Gehen wir raus und Wir machen noch die anderen Quests, die wir noch haben, Und dann schauen wir weiter, So, da sind wir wieder, Irgendwie wurde es mir doch zu blöd, Alles wieder zurück zu laufen, also, Entschiede ich mich für den sicheren Tod, Ähm, ich glaube, wir machen jetzt noch diese Quest, Und dann wählen wir, Weil, wahrscheinlich ist das Video jetzt schon extrem lange, Also, ich weiss es ja nicht, Aber ich nehme es mal an, Ich will das mal an, Loll, was ist denn das? Ah, das sieht auf dem Stuhl, Nice Nice Chille Leute, chille Ah, da, da müssen wir ja mehr aufwarten, ok, und der hier, ne, Hust, Hust, da, ich kenne das. Gut, Quest beendet, Quest abgeben, bam. Das bringt mir nicht viel, finde ich, entspricht mir so. Gut, das wär's mal für dieses Video, besser gesagt, nicht mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!